Es ist wieder einiges los auf dem Kryptomarkt, denn Bitcoin ist unter die 25.000 US-Dollar-Zone gefallen. Wir befinden uns momentan bei 24.900 US-Dollar und jetzt wird es richtig interessant, denn auch der USDT, der Theta Stablecoin, hat hier einen D-Pack gesehen. Und was dahinter steckt, ob man jetzt seine USDT konvertieren sollte oder was man jetzt genau tun sollte, das Ganze besprechen wir in diesem kurzen Update. Also bleibt hier unbedingt bis zum Ende dran und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir natürlich unbedingt ein Like jetzt da, abonniert den Channel und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Updates mehr zu verpassen. Wir starten hier direkt mit den Charts und zwar dem Bitcoin auf dem 4-stündigen Chart. Was passiert hier momentan? Es ist eigentlich das eingetreten, wovon wir schon jetzt seit Wochen gesprochen haben. Wir sind runter auf die 25.000 US-Dollar-Zone und befinden uns meiner Meinung nach jetzt gerade an einer der extrem, an einer der wichtigsten Zonen, die wir jetzt gerade momentan haben. Denn wenn wir uns das Ganze anschauen, haben wir hier auf dem 4-stündigen Chart, auf den kürzeren Timeframes, erstmal natürlich unsere Widerstandszone, die Abfallende, die sich hier bewegt, wo wir schon mehrmals hier rejected worden sind. Zusätzlich haben wir hier noch seit ca. Ende Mai hier unsere abfallende Supportzone, die jetzt natürlich wieder Support bietet. Doch interessant wird das Ganze natürlich auf den größeren Timeframes, denn dort ist es nochmal viel, viel relevanter, was denn dort passiert. Denn switchen wir hier einmal auf den Daily Chart, sehen wir hier etwas sehr, sehr Interessantes. Wir hatten ja dieses Falling Wedge hier, ich mache mal dieses Falling Wedge hier weg, denn jetzt befindet sich Bitcoin an einer der wichtigsten Zonen, meiner Meinung nach, die wir so jetzt vor uns haben. Denn wenn wir uns das Ganze anschauen, befindet sich diese Zone seit ca. Anfang des Jahres hier, bilden wir diese aufsteigende Trendlinie, die jetzt natürlich angetestet wird. Der Support ist da, wir testen gerade diese Zone an und diese Zone ist jetzt extrem wichtig für uns, denn wir haben hier einmal den Support gehabt, dann haben wir hier nochmal im März diese Zone angetestet und jetzt testen wir erneut diese Zone an, die sich hier bei 25.000 US-Dollar befindet. Und auch auf dem Weekly Chart ist diese Zone extrem wichtig für uns, denn zumal haben wir hier auf dem Weekly Chart unser Inverse Head & Shoulders Pattern, welches wir ja wirklich schon seit, ich würde sogar sagen, vielleicht, das war hier, ja seit über einem Monat besprechen wir dieses Szenario hier sogar länger. Ich glaube seit März schon haben wir dieses Szenario im Chart eingespeichert und dieses Szenario spielt sich so weit aus, wie wir es uns so weit vorgestellt haben, denn wir haben hier einmal unsere linke Schulter, dann haben wir hier den Kopf, hier die rechte Schulter, sind über die Neckline ausgebrochen, die hier exakt bei 24.900 US-Dollar liegt, sind daraufhin hoch bis circa 31.000 US-Dollar in unsere Zone, die hier natürlich ebenfalls einen extrem wichtigen Widerstand hier gebildet hat, haben es nicht geschafft, diesen Widerstand hier nach oben hin zu durchbrechen. Daraufhin ist das passiert, wovon wir ebenfalls ausgegangen sind, wir wurden rejected und haben nun gesagt, es ist möglich und auch gesund für den Bitcoin, werden wir doch mal runterkommen in diese Zone, um diese Neckline hier anzutesten und das Ganze passiert hier gerade, wir sehen aktuell hier einen Retest, dieser ist allerdings hier noch nicht bestätigt und auch noch nicht erfolgreich. Das heißt, für den Bitcoin ist es jetzt sehr, sehr wichtig, diese Zone von 24.900 US-Dollar zu halten, denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier auch noch das Problem haben, dass wir gesagt haben, wenn wir unter die 24.900 US-Dollar fallen, also unter diese Zone von 25.000 US-Dollar und darunter eine Weekly Candice schließen, dann könnte es natürlich sehr, sehr gefährlich werden, denn wir haben auch ein bearishes Crossover bei unserem MACD-Indikator, wir hatten uns angeschaut, was denn zuvor in der Vergangenheit passiert ist, wenn wir ein bearishes Crossover hatten und in der Vergangenheit ist dann mehrere, eigentlich fast immer eine Korrektur danach geschehen, wenn wir ein bearishes Crossover auf dem Weekly Chart hatten. Deshalb ist diese Zone meiner Meinung nach jetzt extrem wichtig, dass wir diese Zone jetzt halten müssen, auch wie gesagt auf diesem Daily Chart, denn sollte diese Trendlinie nach unten durchbrochen werden, dann könnten wir hier nochmal eine weitere Korrektur beim Bitcoin sehen. Sollte dieser Retest hier erfolgreich sein, dann wäre es natürlich ein sehr, sehr guter Punkt, hier nochmal eine Long-Position zu eröffnen. Kommen wir nochmal kurz zu der USDT-Thematik, und zwar habe ich euch auch in die Telegram-Gruppe nochmal einen Artikel von BTC Echo reingeschickt, wir schauen uns das kurz nochmal an. USDT hat ja ein D-Pack erlitten, wir sehen hier, dass wir ein D-Pack von 1 Dollar hatten, runtergegangen sind hier bis 0,996, danach ging es wieder leicht nach oben. Erstmal, es ist nichts Schlimmes, beruhigt euch, dass es schon mehrere Male passiert. Wir haben hier eine kurze Zusammenfassung, was denn hier passiert ist, detaillierte habe ich nochmal auf Twitter, ich glaube von LookOnChain, eine kurze OnChain-Analyse gesehen, der natürlich verfolgt hat, was daraus da Ganze passiert ist. Ich habe es mir nicht, ich habe es kurz überflogen, und zwar ging es darum, dass irgendwelche Wale auf Curve USDT eingezahlt haben, dann wurde der USDT D-Pack in der gleichen Zeit, wurde von anderen Accounts USDT geshortet und so weiter. Also hier ist es erstmal so, dass wir wie gesagt diesen D-Pack gesehen haben, von circa 0,3 bis 0,4%. Und hier sehen wir auch, das Handelsvolumen liegt derweil bei knapp 30 Milliarden US-Dollar, fast doppelt so hoch wie bei Bitcoin. Es herrscht natürlich eine Panik auf dem Markt. Hier ist nochmal das grundlegende Problem beschrieben, was denn passiert ist, und zwar ging es um den 3-Pool von Curve Binance. Auf dem Defi-Sektor gab es da ein Problem mit dem 3-Pool. Und hier nochmal ganz wichtiger Punkt, es ist nicht das erste Mal das Problem bei Curve, den Wert von Stablecoins beeinflussen. Bereits nach dem FTX-Kollaps und der Terra-Implosion, also Luna, kam es zu einem ähnlichen Ungleichgewicht von USDT, wie lange der Stablecoin noch unter 1 Dollar notiert, bleibt abzuwarten. Der TETA-CEO hat sich ebenfalls dazu erklärt, dass es momentan die Märkte natürlich angespannt sind, und dass es für Angreifer dann leichter ist, nochmal aus dieser Stimmung Kapital zu schlagen. Das war es auch schon mit dem heutigen Video. Also das Ganze könnt ihr euch nochmal genauer durchlesen. Ich habe es nochmal in die Telegram-Gruppe gepackt. Den Alert-Channel findet ihr in der Videobeschreibung. Und der ist ebenfalls kostenlos. Könnt ihr einfach beitreten, wenn wichtige Dinge sind, poste ich das rein und gebe auch ab und zu mal Updates zu Charts. Sonst war es auch schon mit diesem Video. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bleibt alle gesund und bis zum nächsten Update.